Mann, ich bin echt gespannt, wie's hier weitergeht. Live ist drehen, schon ein Spiel, plapp, plapp. Ja, das kennen wir ja nicht, das liefe ist drange. Oh Mann, dieses Schwein, hätte ich nie gedacht, dass der das ist. Aber ich bin echt gespannt, wie's hier weitergeht. Mei, oh, mei, oh, mei. Ich kann jetzt leider nicht aufhören mit Spielen. Bin echt gespannt, wie's hier weitergeht. Sind wir jetzt etwa in den Bunger? Sieht beinahe so aus. Ei, ei, ei. Hm. Sieht beinahe so aus. Oha. Life is strange. Episode 5. Polariset? Polariset? Was ist ein Polariset? Oha. Das Dreckschwein hat uns. Oh, wir sind in dem Bunker. Ei, ei, ei. Mann, Mann, Mann. War ein hartes Ende, du. Oh, mei, Chloe. What? What? Where? The dark room. Oh, my. The dark room. Ist irgendjemand da drin? Bitte, hilf! Oh, Scheiße. Das ist ich. Er hat diesen Schuss letzte Nacht genommen. Nennt er das Kunst, oder was? Ja, 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 ja. Wenn ich es um mich zu gehen könnte. Das. Endlich bin ich frei. Ah, er kann mal ziehen. Ah, sehr schön. So, was haben wir denn? Kann ich schon nix nehmen? Gott, ich erinnere mich nicht, was passiert. Ja, ich glaube mal eher, du wollen es bestimmt eher lynchen, als irgendwas an... Könnt ihr jetzt irgendwas machen? Was? Linke Maus, dass du Fotos scharf stellen. Ich versuchte, ich würde nie wieder zurück in time wie das wiederholen. Aber das ist der einzige Weg. So. So. Maybe doch... Oh, das ist großartig. Oh, Max. Okay, wir können Chloe, glaube ich, nicht retten. Oh, voll Züge. Oh, shut! Aber bitte, keine Angst. Wir haben alle Zeit in der Welt. Für jetzt, ich wusste, dass du sehr bist, als ich deine erste... ...selfie gesehen habe. Ja, ich liebe das Wort. Aber ich liebe die Purity von deinem eigenen Bild. Nicht wie Rachel, die immer in den falschen Bereichen schaut. Poor Rachel. Oh, wait. Let me try this angle. Don't move! Much better. Thanks, Max. If only Nathan could see this setup. He tried so hard. But you can't just throw a few subjects around and expect a cohesive style or theme. But he had an eye for shadows. And an eye for a whole lot more. As his elite family will find out. Along with Arcadia Bay. Nice. Nice. Good. Good. Oh, look at those eyes. Oh. Look at those eyes. It's just too bad you're so goddamn nosy, Max. But this room is under 24-7 surveillance. So all I had to do was text you from Nathan's phone. And you fell right into my hands. You really should have focused on school work. Not private detecting with your little friend. Chloe. 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 Right. Yeah, I'm sorry that I killed... That Nathan killed her in self-defense. But she had a troubled history like most Arcadia Bay dropouts. Nobody will be surprised. Or care. Though I promise, people will care when you die tonight, Max. I wasn't lying when I said you have a gift. Okay. Now this looks good. Maybe a few more close-ups. Max, please do not move so much. I need you posed and framed my way. Maybe a new dose will calm you down. No. Uh-oh. Now don't move or this will hurt much. Stupid bitch! You just don't listen, do you? In fact, you never did hear much in my class. If you had, you might have seen all this coming. God damn, you are a fighter though. I've had my eye on you. And I've noticed that you've been more... Fearless this week than maybe your whole life. No. Remember my number one rule. Always take the shot. ... ... ... ... ... ... Okay. Wir haben was verändert. Okay. Gut. Was haben wir denn verändert? Ansehen, Kamera. Wir schauen uns erstmal das hier an. Das könnte funktionieren. Bitte funktionieren. Schön wieder. Hamos? Jetzt. Uiuiui. Ich kriege einige spektakuläre Bilder hier, Max. Oh, ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht. Ich bin so glücklich, dass du diese Frage gestellt hast. Ich bin so glücklich, dass du diese Frage gestellt hast. dass das Moment, Innocence, in die Veränderung, in die Veränderung, in die Veränderung. Und das ist eine Frage. Und die Veränderung, die Veränderung, in die Veränderung, die Veränderung, die Veränderung, die Veränderung, die Hoffnung und mit ihnen, wie ein Aura. in die Veränderung, in die Veränderung, die Angelegenheiten, Ich werde meine Gedä文, meineinnen, meine Ziv, genau. Du bist ein Psychopath. Und das ist deine letzte Session. Au contraire, Max. Ich bin so san, dass niemand weiß, was mit dir passiert. Und nicht mich auf deinem late Partner starten. Ich hatte genug von diesen faux-punkten Sluts in meinen Seattle-Days. Oh, meine Fresse. Nie gedacht, dass das der Gunde ist, der das macht. Ich hab immer auf den Neven gedippt. Also, coole Windu. Also, das ist, boah, voll geil. So, wir machen mal, fahren sie zur Hölle, sie Arschloch. Geh zur Hölle. Du wirst für alle, die du verhörst. Unlike pure sweet Kate Marsh, ich glaube nicht in dieser Bullshit. Sie könnte mein Masterpiece sein. Der Welt ist, was ein Arztus macht. Und meine Mus. Blor, Kate hat überlebt. Kate believed, and she survived. You failed to break her. She's stronger than ever. And she'll outlive you. She'll certainly outlive you. Who knows? Maybe I'll pay Kate a visit soon and test her faith again. You will not get away with this. I want you to know that. Too bad you already made a convincing argument against Nathan in the Principal's office. Thank you so much for setting him up for me. I do know that the Prescotts are going to have a major scandal when the town finds out what their elite son has been doing for homework. Er ist so krank wie Sie. Sie haben Nathan benutzt. Ne, das ist genau so krank wie du. Er ist so krank wie du. Nicht, Leute, Max. Aber das ist, warum Nathan niemals in Blackwell gewesen wäre. Das macht zwei, es war ihnen egal. Das macht zwei von dir. Ich hoffe, Nathan zu erinnern, seine Vision zu erinnern. So wenige Leute bekommen diese Chance. Das macht zwei von dir. Du erzählst ihm alles über deine Planungen bei Blackwell? Keine dumme, Max. Ich sagte ihm, was er brauchte zu hören. In return, ich hatte die Prescott-Fortune. Wer glaubst du für diese Glorius-Dark-Roman-Equipment? Wie kann ich denn diese HIP-NEW-Drugs für meine Subjekte bekommen? Rachel Amber war deine Victim, nicht deine Subjekte. Oh. Rachel Amber. Das ist die Real Tragedie. Nathan thought he could be an artist like me. Instead, the dumbass gave her an overdose. Chloe und Rachel. Aber wieso Rachel? Why Rachel? I don't have time to tell you everything. But she was special. A human chameleon. So many visual possibilities. We had a real connection. Did you know she also had a connection with Frank? Let's be honest. She was doing the classic bad boy thing. She was over Frank before it began. He just didn't know, anyway. Rachel is dead. But no tears, Los Angeles would have killed her anyway. So, look at this as a favor. You're evil. Oh, I see. You and your friends almost beat Nathan to death. See, we're not so different. Yes, yes we are. I cared more about Nathan than you did. No, you didn't. It's just too bad that he fell in lust with Rachel. He actually thought he could mimic what I do with the camera and subject. Like father, but not like son. Where is Nathan now? Dead and buried. What? After what he did to Rachel, I knew I couldn't keep him as a protege for much longer. Now the police will never find his body. Do you finally get it now, Max? I can't compromise my vision with amateurs. You are an amateur. Look at the trail of death you left behind. You can't blame all this on Nathan. I don't care what you do to me. You're gonna die, motherfucker. For Chloe and Rachel and everybody else. I do love your spirit, Max, but you brought yourself here. By your own choice. Anyway, I like my models to be seen and not heard. So I have to make sure, there's nothing left behind of you. Is that right for you? Now, let's see how these shots came out. I can see why your instant camera is so appealing. You don't need a computer to print your workout. Just let's see how that comes to my eyes. So, uh... Can I just do something? Sorry. That's not the piece. I have all those photos in my diary. This could be a way out. Muss ich jetzt wirklich hier? Okay, was haben wir denn? Eieiei, sollen wir wieder viele Fotos machen? Zu viele Fotos. Hm. Kann er was machen? Hi, I found AIDS. Sind nicht nur in die Zählen auf einem Poster, das hat man schon gelesen. Okay, zurück. Eins, zwei, drei, vier fehlen uns noch. Hm. Aber wie komme ich an mein... Geh mal zurück. Ah, wir können. Wir können, wir können. Wie, staten. Ach, wir werden, wir können. Nicht nur verwirrt. Gente, wir kommen сюда hin. Wir können, wir können. Untertitelung des ZDF, 2020